Auch heute wollen Mitglieder der letzten Generation die Hauptstadt mit Protestaktionen lahmlegen. Welche Störaktionen von den selbsternannten Klimaaktivisten geplant sind, ist aber bislang noch unklar. Bereits gestern haben Jahrhunderte Klimakleber zahlreiche Straßen in der Hauptstadt mit Sitz- und Klebeblockaden gestört. Teilweise kam es zu langen Staus. Insgesamt sind gestern mindestens 42 solcher Aktionen gezählt worden. Rund 200 Personen wurden dabei festgenommen. Die Berliner Polizei war nach eigenen Angaben mit bis zu 500 Beamten im Stadtgebiet unterwegs. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wie ist es klassisch, glaube ich, der hier klicken.